Musik 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 Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Gerrit Küther, ich bin der Geschäftsführer von Marco und verantworte die Standorte Hamburg, Bremen, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Und wir wollen heute mal die Standorte Ihnen so ein bisschen näher bringen, ein paar Impressionen Ihnen einfach mal zeigen, was Marco ausmacht. Vom Grunde her sind wir verantwortlich oder sind in den Themen unterwegs, Hafenumschlag ist unser Kerngeschäft, Logistik, aber auch Seeschneffahrt Offshore ist ein wichtiges Thema für Marco, plus noch die weiteren Bereiche wie Gefahrgut, Safety Security, Führung, Kommunikation und IT. Jetzt befinden wir uns gerade in Hamburg, haben viel zu tun hier auf unserer Freifläche, auf der sehr schönen Freifläche, die wir hier haben und zeigen jetzt hier für Marco Hamburg ein paar Impressionen. Musik 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 So, jetzt haben wir viel in Hamburg gesehen vom Standort, jetzt fahren wir weiter nach Bremen. Musik So, jetzt sind wir hier in Bremen angekommen, hier auf unserer Schönenanlage hier in Bremen, auch mit einer großen Freifläche, wie man hier hinter mir sehen kann, um auch wieder praxisnahen Unterricht hier bieten zu können. Wir haben natürlich Schulungsräume, die wir in den letzten zwei Jahren sehr stark modernisiert haben, um einfach den Teilnehmern, den Schülern hier auch ein gutes Ambiente bieten zu können. Und was man sagen muss, wir haben hier unser Portfolio erweitert, ursprünglich auf Basis der Hafenfachschule damals, war vor allen Dingen das Thema Hafen und Logistik hier das zentrale Thema, ist es weiterhin, aber wir erweitern auch nach und nach unser Portfolio, dass wir hier auch Dinge anbieten im Bereich Gefahrgut für Luft, für Straße, für See, dass wir hier sehr viel mehr andere Dinge anbieten, Sprengscheine machen wir mittlerweile hier und vieles mehr. Auch im Bereich Führung und Kommunikation sind wir stark vertreten mittlerweile hier in Bremen. Ja, das wollen wir mal kurz zu Bremen und jetzt folgen ein paar Impressionen hier vom Standort und dann sehen wir uns wieder in Bremenhaven. Musik Musik So, jetzt sind wir hier. Wir sind hier in Bremenhaven, bei Marco Bremenhaven, mitten am North Sea Terminal, mitten des bremerhavenischen Umfeldes. Wir qualifizieren hier auch Beschäftigte für die großen Hafenbetriebe, aber auch für Mittelständler und kleinere Betriebe hier im Bereich Logistik. Aber auch ganz wichtig, mittlerweile sind wir auch hier vertreten in Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitssuchende, wie in Hamburg, wie in Bremen qualifizieren wir hier Arbeitssuchende für die Hafennahe Logistik, für die Logistik hier im Allgemeinen und haben das seit zwei Jahren wieder sehr stark aktiviert und sind hier auch im engen Verbund mit den Betrieben unterwegs, genauso wie in Hamburg und in Bremen. Musik 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 Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Etappe durch Norddeutschland über die Marco-Standorte hinweg, am kleinsten Standort von Marco hier auf den Olympia-Werken der früheren Schreibmaschinenwerke hier in Wilhelmshaven. In Wilhelmshaven haben wir bis 2013 die Startmannschaft von Eurogate ausgebildet, haben sie umgeschult aus der Arbeitslosigkeit zur Fachkraft für Hafenlogistik. Heute sind wir mit vielen Betrieben hier noch im Gespräch und bieten vor allem Inhouse-Schulungen an. Uns ist es wichtig, neben Hamburg, Bremen und Bremerhaven weiterhin hier in Wilhelmshaven präsent zu sein. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017